Musik 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 so denn Eisen Ne Kühlerei Ich brauche nur Bäume, die würde ich hier unten hinsetzen, dann hat die Ruhe. Achtung, der Boss. Hochofen. Einfach erstmal hier nehmen. Was fehlt mir denn dafür? Wie viel ein Ziegel? Na gut, die sollten wir ja schnell haben. Niemand lebt gerne an einer drehgängigen Seuchtenumgehung und den Verschmutzungsreinsel können sie in Aktivitätsmenü der Stadt überprüfen. Okay. Redate. Ist doch in Ordnung noch. Gut, hier ist ein bisschen Smog, aber trifft die doch nicht. Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste. Sie verstehen mich. Uns geht's so gut. Da kommt man auf verrückte Ideen. So ein Foto machen. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht sie. Jo. Spielstand gespeichert. So. Wir fehlen aber trotzdem schon wieder... Arbeiter. Würde ich sagen, dass ich einfach nochmal ein paar aufsteigen. Durchs konsorieren Sie immer diesen orgeln, damit wir sie versuchen. Jetzt sind die Bescheiden umdrehen. Zukunft. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit. Freiheit und Gleichheit. Die Grafik ist schon... wow. Sieht schon gut aus. So, ich war dabei, Stahl zu machen. Stahlwerk. Alter, 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 alter. Herrlich. Weißt du, wenn ich die jetzt weiter aufsteigen lasse, ne? Dann habe ich gleich schon wieder nicht mehr genug Bauern heute. Du brauchst 10 Ziegeln. Na gut, das kriegen wir ja hin. Scheiße. Ja, das nützt, wir brauchen mehr Wohnhäuser. Nützt ja alles nützt. Inwieweit können wir hier hinten noch expandieren? Wir probieren es einfach mal. Das geht schon noch. In meinem E-Fall, wir können auch noch... Ja, das geht. Aber ich würde sagen, ich klatsche das jetzt erst mal alles voller Häuser hier. So. Okay. Außerdem gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich weiß, dass ich damit eventuell Platz verschwende. Aber... Ihr kennt das Ganze von mir ja schon. Ich habe es ja auch erläutert. Es ist einfach so, wenn ich jetzt hier zwischendurch noch irgendwie was setzen will. Sieht A besser aus. Und B können die halt hier immer. Gerade weil es ja darum geht, die Produktion auch so zu steigern. In 1800. Dadurch haben die kürzere Wege. Der kann sich jetzt ausrunden. Ich würde sagen, ich gehe den Weg. Der ist aber außenrum. So hat man immer schön kurze Wege. Und nicht so eine riesen ellenlange... 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 Ellenl... Hä? Kann ich sprechen. Ellenlange Wege. Was fehlt dir denn? Der Markt als Grundbedürfnis. Ja, aber du bist doch angeschlossen an den Markt. Bauen die hier jetzt alle schon? Nee, nur der eine nicht. Piss dich. Bau dich neu. Ja, dann hol dir dein Zeug. Ich hoffe zu singen. Spielstand gespeichert. Ja, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen von Arno 18 hat. Wir machen vielleicht, ziehe ich auch das blöde Let's Play so ab. Wer weiß, wie weit wir heute kommen. Wir haben bis 1 Uhr Zeit. Ich versuche bis dahin... Tatsächlich auch ohne größere Pausen mal ein bisschen zu spielen. Jetzt haben wir keine Horst mehr. Okay. Jetzt hier. So. Unklar. Wollte gerade schon fragen, ob ich jetzt völlig bescheuert bin. Dass ich jetzt im kleinen Stil schon anfange, hier irgendwie groß Mist zu bauen. Aber nee, alles gut. So, wir haben genug Bauernarbeitskräfte. So, wir drehen das Ganze mal ein bisschen. Wunderliche Hafenstadt. Müllquelle. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, es ist mir bewusst, aber... Ich bin noch dabei. Ich habe nichts dafür. Ich kann die Leute doch nicht zwinkern zu ziehen. Warte. Apropos, kann ich ja... Können ja hier auf der Fläche mal einen kleinen Park oder sowas machen. Ein Schäfchen im Garten? Wer macht das nicht? Oh, meine Hölle zu groß. So. So. Zufriedene Bevölkerung. Ich würde vielleicht... An der Stelle... Nochmal irgendwie eine Feuerwehrsatz... Wie? Moment mal ganz kurz. Kopier-Modus. Kopier-Modus. Abriss-Modus. Führungs-Modus ein-aus. M. Wir suchen mal M. M. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Bei eins ist die Postkartenansicht. Wir suchen es mit M. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. because... Weil ich würde gerne gucken... Na gut, aber hier passen eh keine vier Wohnhäuser mehr hin. Dann haben wir nämlich eine gewisse Absicherung. So los. Wie viele Einwohner haben wir eigentlich? Oh. Hier fehlt schon wieder Markt? Oh, dann kriegst du den. Setz ich hier in die Mitte in den Markt. Oh, hier haben wir noch ein paar Gras hin oder was? So. Hast du den Markt jetzt? Yeah. So. Ich würde gehen erstmal gucken, das ist der... Ja. Na. Immer noch alles volle Leute da. Knaps. Wo ist... Wir sind viel zu wenige. Ich würde erstmal auf zu singen. Spielstand gespeichert. Ähm. Muss ich euch eigentlich alle einzeln aufstellen lassen? Warte mal. Waffen sind oder will? Äh. Äh. Fahr mal einen Gang runter. Fahr mal einen Gang runter. Ich baue noch keine Waffen. Bin gerade mal dabei meine Arbeiter in den Griff zu kriegen. Oh. Was haben wir hier noch? Wir haben noch 16 Arbeiterkleidung. Und ab. Minus 1. Wurst ist stabil. Rot ist stabil. Wir müssen Kleidung machen. Aufhalten留m. Ich baue auch eine Puzzilei. Allah. Allah. Näh. Wenn ich denke. So ähm. Schnaps. Auf jeden Fall Schnaps. Alter. Die denken hier echt in großen Dimensionen. Ja dann. Ich werde einen Moment lang die Füße hochlegen. Genau das musst du tun. Beziehungsweise wir machen das ganz anders. Das Land kann nur bestellt werden wenn es auch genug Felder gibt. Ja. Ja. Lege sie an. Ich bin noch dabei. Ich überleg nämlich mal was ganz anderes. Einige Felder könnten helfen. Schönen Tag auch. Hey. Dazu gibt es noch eine Snaps Brennerei. So dann ist Schnaps auch wieder da. Haltet das Förderband an. Zumindest haben wir genug. Langeweile bringt einen auf die falschen Gedanken. Schönen Tag. So. Aber der Kraft ist auch da. Da sind wir bei. Was sagen denn Kleidung. Nehmen auch ab. Alles ab. Spielstand gespeichert. Groß ist stabil. Kleidung nimmt ab. Ja. Da muss ja noch eine Kleidung ist. Da war das nicht immer eine Bierberei. Und dann irgendwie. Echte Produktivität. Beobachten das mal. Da warum wir die 어 summon. Ou trage nicht nur. Keine Musik. Das ist es sehr. Ja. smoke. Schönen Tag. Allgemeinen. Oh. 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 Geh mir doch nicht auf den Senkel. Ich bin doch gerade dabei, hier alles in den Griff zu kriegen. Das ist jetzt nicht schön, aber das ist erstmal nötig. Aber bei der Kraft haben wir auch schon wieder keine. Aber durch allen Kleidung fehlt, ist mir schon klar. Aber ich bin bei. Knaps bleibt stabil, Kleidung nimmt immer noch ab. Jetzt zieht sie trotzdem. Von mir aus freigegeben. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Okay, das sieht auch gut aus. Höch. Kompromiss. Kleidung nimmt immer noch ab. Spinnung abgebrochen, das Spielen ist offline. Soll das heißen? Wie ist es? Vielen Dank.